B-51D, Marc Mathis. Erster Überflug, hinein in einen Steigflug und rollen über den rechten Flügel. Und holt wieder Geschwindigkeit auf. Ausgerüstet, wie gesagt, mit dem Packer Merlin V 1650-7 mit annähernd 1700 Bits. Und wieder 600-650 kmh hinein ins nächste Manü. 11,28 Meter Spannweite, eine Länge von 9,03 Meter. Christoph Jacquard hat gestern gesagt, ach, da ist Abenzimmer um 18 Uhr Schluss. Hier ist es so richtig schön. Wir sind froh, dass wir Sie dabei haben. Kamekal Chobab Thistalis aus Frankreich. Hier im Moment zugegen, Mustang B-51D, Marc Mathis. Mann arm 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 Schöner Kreisrunder Loop Schöner Kreisrunder 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017